Unser Ferienhaus schaut gruselig aus. Das find ich auch. Komm, lass uns reingehen. Oh ja! Okay, ich geh hoch. Hier ist also die Küche. Hier ist es unheimlich. Komm, wir schauen in die anderen Zimmer. Unser Ferienhaus schaut düster aus. Was habt ihr denn gebucht? Auf den Bildern sah es ganz anders aus. Hallo Viktoria, was machst du denn hier? Ich wollte euch mal besuchen kommen. Das ist schön. Und was machen wir? Wir können zum Jugendtreff gehen. Das ist eine gute Idee. Das find ich auch. Das ist schön. Das sind unsere Betten. Was war das? Keine Ahnung. Hallo, ich bin Fridolin und ich wohne in diesem Haus. Hä? Geister gibt's doch gar nicht. Wir sind zu Besuch. Wir sind, wir machen hier Urlaub. Dann lasse ich euch mal in Ruhe. Komm, wir gehen mal in die Küche und erzählen es. Oh ja. Wir gehen zum Jugendtreff. Okay, alles klar. Für Spaß. Danke. Danke. Mama, wir müssen euch was erzählen. Was denn? Hier in diesem Haus wohnt ein Geist. Das glaube ich nicht. Wirklich? Kommt, lasst uns zum Strand. Papa, das ist eine gute Idee. Wir glauben uns nicht. Komm, wir gehen auch erst mal zum Strand. Hallo ihr. Möchtet ihr irgendwas machen? Wir möchten gerne Fußball spielen. Dann könnt ihr hier auf den Fußballplatz gehen. Habt ihr einen Ball? Das nein, haben wir nicht. Hier einen Ball. Kommt, lasst uns Fußball spielen. Oh ja. Wer kommt denn da vorne? Kommt, wir gehen. Wirklich? Okay. Der Ball. Wirklich? 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 Wirklich?